Ja, moin moin und Metall, meine lieben Freunde. Heute schauen wir uns die Streams vom Wochenende an. Samstag und Sonntag hat unser allerliebster Lieblingsstreamer vier Streams rausgehauen. Und da schauen wir uns mal ein paar einzelne Szenen an und besprechen die mal, auch wenn es da nicht ganz viele interessante Neuigkeiten gibt. Ein paar Sachen fand ich schon interessant, die können wir uns mal anschauen. Bevor wir anfangen, wollte ich nochmal auf eure Kommentare in euren Merchandise-Bestellungen eingehen. Erstmal vielen Dank an alle, die da noch schöne Grüße ausgerichtet haben. Und richtig cool finde ich auch den Ehrenhater im höheren Alter. Der hat mich nämlich wissen lassen, dass er 68 Jahre alt ist. Wenn ihr mich fragt, absoluter Ehrenmann. Dazu gingen dann zum Beispiel auch noch Fanartikel nach Palma, auf Mallorca. Und da bin ich schon echt wirklich fasziniert. Daher an alle ein ganz großes Dankeschön. Das ist mir wirklich wichtig, das nochmal anzusprechen. Denn mich freut das wirklich ungemein, wenn ich sowas lese wie diese lieben Grußworte und ich auch merke, in welche Länder das alles so rausgeht. Das ist wirklich super, also dafür nochmal vielen, vielen Dank. So, und dann lasst uns mal anfangen mit dem Stream von Samstagmorgen. Falls kein Mod gerade da... äh, was? Falls kein Mod gerade hier ist, kann ich es übernehmen. Ja, wenn jemand nach Mod fragt, kriegt er kein Mod, sorry. Welche Augenfarbe hast du eigentlich? Ich habe eine Camouflagefarbe. Äh, je nachdem wie das Lichtanfall ist, habe ich blaue, grüne, schwarze... äh, grüne, blaue, schwarze... ja. Also neben dem gewohnten Fanmanagement haben wir einen Drachenlord da sitzen, der Camouflageaugen hat. Also vielleicht so? Aber mal Spaß beiseite. Er muss halt irgendwas Besonderes sein. Er kann halt nicht einfach ein normaler Typ sein, der eine Augenfarbe hat, die ganz normal ist. Nein, der Drachenlord ist immer was Besonderes. Daher ist auch seine Augenfarbe etwas ganz Besonderes und wechselt sich auch mal zum Beispiel auf Schwarz seiner Aussage nach. Ja. Oder der Drachenlord hat einfach gar keine Ahnung, was Lichtanfall bedeutet und meint, weil seine Augenfarbe im Spiel mal etwas anders ausschaut, je nachdem wie der Lichtanfall ist, dass auf gar keinen Fall natürlich die Helligkeit im Raum ausschlaggebend ist, sondern seine Augen was ganz Besonderes sind und die Farbe von ganz alleine wechseln. Ja, und danach konnten sich die zahlenden Zuschauer anschauen, wie ein Drachenlord in freier Wildbein seine Nahrung verspeist und sich zwischenzeitlich mal in den Zähnen rumgrabbelt. Aber dafür zahlt man doch gerne 6,99 im Monat, oder? Jetzt habe ich das Göskel im Kopf. Nein! Irgendjemand, neulich hat mir ein Mädel, äh, hat mir neulich einen Song, äh, hat neulich einen Song gesagt. Ähm. Und ich habe den neulich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt, dazu erinnere ich mich nicht mehr dran. Der Drachenlord hat immer die besten Storys für seine Fans parat. Richtig spannender Content, den er da vom Stapel lässt. Ja, und der Stream ist fertig. 15 Euro an Almosen eingenommen, für diesen extrem hochwertig qualitativen Content. Oder was meint ihr? Absolut gerechtfertigt, oder? Naja, wir springen mal in den Abendstream vom Samstag. Wird nachher, wenn sie trocken ist, noch grün. Naja, was heißt lockige Haare? Ich habe immer lockige Haare, Leute. Das fällt nur mit dem Haargel mehr auf. Der Drachenlord schmiert sich Haargel in die Haare, die das Haar grün färbt. Soll das so eine Art Content sein? Nein, ich meine, irgendwelche anderen Streamer, wie, weiß nicht, Hanno zum Beispiel, verkleidet sich ja auch, wenn er irgendwelche Spiele spielt. Also halt dazu passend. Soll das hier sowas sein? Die Frage ist ja nur, wofür? Er versteckt sich ja eh seit Wochen irgendwo bei irgendjemandem privat, wie es scheint. Er geht also am Samstagabend nicht irgendwie raus und trifft sich mit Freunden oder irgendwelchen Leuten. Wofür dieses Haargel mit Farbe? Naja, im Grunde auch egal. Aber zumindest sehen wir hier, dass der Drachenlord sehr auf sein Geld achtet und natürlich nichts unnötig aus dem Fenster schmeißt, weil er seine MPU finanzieren möchte. Also mal Ironie beiseite, ich will gar nicht wissen, für was für einen Müll er noch so Geld aus dem Fenster schmeißt. Aber das ist ja das alte Schema wieder. Die Ausgaben sind immer größer als die Einnahmen, egal wie viel er verdient. Und wenn es 10.000 im Monat sind an Einnahmen, dann werden 15.000 Euro rausgeworfen. Äh, Halla, ich rede darüber jetzt hier, das hat hier nichts verloren. Punkt. Und allein die Tatsache, dass du jetzt anfängst, darüber hier zu diskutieren, zeigt, dass das alles in meinen Augen nichts Professionelles ist. Lass es einfach, bitte. Wenn man dreimal absagt und einmal annimmt und wieder rausgeht, sollte man doch eigentlich begreifen, dass man das nicht möchte, oder? Hör auf, oder ich banne dich. Zum Spassi, ey. Was wird denn der von mir, Alter? Wenn jemand einen die ganze Zeit Anfragen stellt oder eine Blockierfunktion für die Person, nicht für den ganzen Ding. Sagen Sie aber, die machen keine Einladungen für diesen Stream deaktivieren. Das will ich aber nicht. Ich will nur von diesen zwei Leuten da jetzt gerade keine Leidding haben. Ja, Fanmanagement ist auch wieder auf 100 Sachen 80. Ihr merkt, der Drachenlord ist in Bestform. Äh, ich will die nächsten Zeit einmal anfangen, auf Kick zu streamen. Ja, ich komme nur noch dauernd dazu. Aber ich habe auch noch gar keine Idee, was für das Spiel wir auf Kick streamen. Und auf Kick will er es auch nochmal versuchen. Darüber können wir ja mal kurz sprechen. Da wechseln ja im Moment auch ziemlich viele hin, weil die wohl ordentlich Geld rausschmeißen und die Casino-Streams zum Beispiel nicht verbieten, so wie das andere Plattformen ja machen. Und wenn der Drachenlord merkt, dass es eine Plattform gibt, die mehr zahlt als andere, ja, dann will er da natürlich auch so ganz schnell hin und mitmachen. Es ist ja nicht so, dass man eine Fanbase aufbaut auf einer bestimmten Plattform und ein Plattformwechsel dann sehr genau geplant sein muss und wirklich durchkalkuliert sein muss, ob sich sowas lohnt, weil natürlich nicht alle Leute der Fanbase von Plattform 1 zu Plattform 2 wechseln werden. Aber beim Drachenlord ist das ja einfacher. Er hat ja keine Fanbase. Er macht einfach das, wo es am meisten Geld gibt. Fans sind ihm sowas von egal, denn sein Content baut ja nicht auf seinen Fans auf, sondern auf den Hatern. Er ist ja ein Hass-Influencer und ich glaube, das beschreibt das schon ganz gut. Da habe ich mein ganzes, ihr müsst bedenken, ich habe den mein ganzes Leben gehabt, ne. Der hat meine ganze Schulzeit überlebt, der hat meine ganze Kindheit überlebt, der hat mein bis jetzt auch mein ganzes Erwachsenenalter überlebt, ne. Also ich finde den Teddy schon geil, ne. Das ist mein Teddy. Hm, ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn der Drachenlord irgendwelche Gegenstände als geil bezeichnet, dann kommen bei mir immer gleich diese Flashbacks zu seiner aufblasbaren Freundin wieder hoch. Ich hoffe, dem Teddy ergeht es da besser. Bei der Dame war in der Beziehung zum Drachenlord ja auch irgendwann die Luft raus und dann ist sie in der Müllhalde entsorgt worden. An dieser Stelle hier auch nochmal ein kurzes Gedenken an die Mitarbeiter, die die Schanze leerräumen mussten. Ich will nicht wissen, an was für posttraumatischen Belastungsstörungen die jetzt noch leiden. So, danach kam dann nur noch viel Mist, wer hätte das gedacht? Und wir springen mal in den Sonntagmorgen rein. Bist du müde? Ich bin nicht müde, aber ich bin total erledigt. Also mein ganzer Körper schreit gerade nach Erholung. Sein ganzer Körper schreit nach Erholung. Ihr wisst ja noch bestimmt, was er im letzten Stream meinte, als jemand gefragt hat, was er denn so am Wochenende vorhat. Da meinte der Drachenlord, ja nichts chillen. Und nun ist es da im Stream Sonntagmorgen und er ist in der Verfassung, dass sein ganzer Körper schreit, bitte mehr Erholung. Und ich glaube, das liegt nicht an seiner harten Arbeit. Er hat in den letzten Streams immer mal wieder angekündigt, dass er sich jetzt gesunder ernähren will, seine Ernährung umstellen will und so weiter. Das hat er ja auch schon öfters mal angefangen, natürlich dann nicht lange durchgezogen. Aber gerade am Anfang, wenn zum Beispiel der Körper merkt, dass der Zucker gestrichen wird und der Körper dann halt nicht die gewohnte Menge dann bekommt, dann macht sich das natürlich auch in der körperlichen Verfassung bemerkbar. Und ich glaube, das sehen wir jetzt hier gerade beim Drachenlord. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einfach das Schwibschlob zum Beispiel weggelassen wird und das schon einen richtigen Einfluss auf seine körperliche Verfassung hat. So, und was soll ich sagen? Ja, wir sind schon mit dem Part 1 von Sonntag durch. Das war wirklich absolut nur Musik hören und alle 5 Minuten mal ein Danke für die Geschenke raushauen. Wirklich ein absolut langweiliger Stream. Wir schauen jetzt aber nochmal kurz in den zweiten von gestern Abend rein. Bei dem Event hängen wir immer noch nur 8.000 Punkte hinterher. Einmal solche Planeten-Ding für 4.000 und wir, oder zweimal, dann wären wir schon auf 0. Dann wären wir schon auf Platz 90. Vielen Dank für die Sandalen. Ich sag's ja nur. Wir hängen bei dem Event überhaupt nicht weit hinterher tatsächlich. Aber ich glaub, das Event hat ja an dem Event kaum einer teilgenommen. Erinnert ihr euch noch an das Event, das von der Mehrheit der Zuschauer abgelehnt wurde, aber der Drachenlord trotzdem für diese 40 Prozent, das er noch beworben hat? Von dem Event ist jetzt hier gerade die Rede. Aber er sagt's ja nur. Dass er halt mit ein paar wenigen Geschenken noch mehr dran teilnehmen könnte und auf diese Liste aufsteigen könnte. Nicht, dass er jetzt das will, dass die Zuschauer ihm die Barne rausschmeißen. Er wollte das nur als Info mal angesprochen haben für die Leute, die das interessiert. Ja, in der Pfanne ist am besten. Ja, genau, weil eigentlich, ja, ich schneid einfach den Beutel durch und kippe ich den einfach in die Pfanne. Brauche ich tatsächlich gar nicht. Wenn ich mein Haus wieder habe oder eine Wohnung oder irgendwas, brauche ich das gar nicht. Ich habe nämlich eine Popcorn-Maschine. Ja, und von der Popcorn-Maschine gab es auch ein Foto von diesem Aufnahmen im Lager. Und die war versifft bis zum Gehtnichtmehr. Also, falls diejenigen, die da im Lager waren, die nicht mitgenommen haben und der Drachenlord noch im Besitz von dieser Maschine ist, dann, mein guter Rat an dich, schmeiß die sofort weg. Genauso wie alles andere aus dem Lager. Ich will gar nicht wissen, wie es da gerochen hat, beziehungsweise was da so rumkreucht und fleucht. Und dann sprechen wir da noch von Geräten, die Nahrung zubereiten. Ne, danke. Ja, und was soll ich sagen, das war es dann auch schon mit dem Abendstream. Ich würde euch gerne noch ein paar mehr interessante Ausschnitte präsentieren, aber, ja, so viel gab es da jetzt nicht in den letzten Tagen. Das war wirklich halt alles so richtig belangloser Smalltalk mit ganz viel Schallplatte und so weiter. Wir kennen es ja und ich muss das Video jetzt ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Das Interessante haben wir jetzt hier besprochen und gesehen. Lass uns noch einmal kurz schauen, was er an Almosen über das Wochenende jetzt so bekommen hat. und wenn ich da richtig gerechnet habe, dann hat er 230 Euro bekommen. Und da muss man sich wirklich an den Kopf packen, was für arme Seelen da wirklich noch so viel Geld spenden. Na ja gut, lassen wir uns mal überraschen, wie es noch so weitergeht. Und in der Zwischenzeit sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Startet gut in die neue Woche und bis zum nächsten Video sage ich Metal auf, meine Freunde. und bis zum nächsten Video.